Ach, guck mal, das kennst du gar nicht, nicht? Da bin ich 10 oder 11, da war man noch richtig jung und konnten hüpfen und springen und toll war das. Wenn man älter wird, man wird langsamer, die Reaktionen lassen etwas nach, es dauert alles ein bisschen länger. Hallo, herzlich willkommen! Hallo! Der ExerCube ist ein digital begehbarer Raum, in dem man sich sportlich bewegt. Spaß ist eigentlich der wichtigste Faktor, also über Spaß geht alles, die Motivation und auch der Erfolg wird eigentlich über den Spaß gesteuert. Es wird Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer trainiert. Jetzt musst du, bitte. Wenn ich mit meiner Enkelin trainiere, da bemühe ich mich natürlich ganz besonders. Es verbindet und man hat gleiche Ziele und möchte ja auch nicht so wie ein alter Mensch dastehen. Den Ehrgeiz habe ich eigentlich. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Hauptziehung. Heute freuen wir uns mit insgesamt 23.769 Gewinnerinnen und Gewinnern. Herzlichen Glückwunsch! Mit den folgenden Endziffern haben Sie das große Los gezogen. 2, 5, 3, 3, 7, 0. Ein glücklicher Mitspieler kann sich über eine Million Euro freuen. Eine lebenslange Sofortrente von bis zu 5.000 Euro monatlich entfallen auf die Lose mit den Endziffern 0, 9, 3, 3, 5, 4, 9. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5.000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 1, 6, 2, 0, 0, 5, 4 sowie 2, 0, 8, 0, 3, 5, 4. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 1, 5, 8, 1, 8, 2, 3 und 4, 0, 5, 1, 2, 9, 6. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 7310481. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Weihnachtsabend. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Weihnachtsabend. Untertitelung des ZDF, 2020